Die Menschen suchen ja das Leichte, weil sie das Schwere nicht sehen wollen. Drum gibt es diese Leichtigkeit. Untertitelung im Auftrag des ZDF, Kiefer und seine Unterstützung haben diese 200-Achre-Site in einem der größten, jahr-druppenen Arten in der Welt. Hier hat er in Skulptur und Installation gespandt. Er hat sich für sich selbst zu entwickeln. Die deutsche Nation hat Probleme mit einem Artikel, der mit dem Vergangenheit in Deutschland möchte. Die ganze Gesellschaft hat damals geschwiegen, sind alle am Verstehen des Unvorstellbaren gescheitert. Also ich habe jedem eigentlich einen Spiegel vor das Gesicht gehalten. Der größte Mythos ist der Mensch selbst. Und ich kann auch etwas Galsambe не passen. Der größte Mythos ist der Mensch. Das ist ein Einzelwerken, das ist ein Einzelwerken, der ist ein Einzelwerken, Vielen Dank.